Ja, hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play Part von eurem YouTube Gamescom. Ich bin heute nicht alleine in der Lobby, sondern ich habe PSN-Freunde dabei. Oben der Black Reapers und der Lars Goldfisch sind auch dabei. Vom H3R D-Klan. Moin Moin. So, meine Waffe ist heute die M27, die angepasste Version und die FHJ-18A. Aber ich denke mal, ich werde meine Waffenglasse noch im Laufe dieses Spiels, dieses Gameplays noch ändern. Ja, also... Ich glaube, er möchte etwas sagen. Lassen wir ihn mal. Ich hoffe, ich fühle so schön. Ich versuche jetzt mal was Geiles zu machen. Morgen so. Hi. Guten Tag, wie gut. Oh, die ist auf der Krieg verfolgen, nachher die Geiles. Aua, Licka, ich habe die Drohne freigeschaltet, Leute. Ihr könnt mich zwar nicht hören, mein Headset ist nämlich im Arsch. Ich habe mir gestern nämlich ein Headset vom Freund ausgeliehen, als ich beim Agent war, beim Leader der Libanon-Elite. Und er hat sich auch richtig gewundert gestern, als ich mit dem Headset reingekommen bin, weil ich habe ja gesagt, dass mein Headset kaputt ist. Und er so... Oh, YouTube Gamescom, du hast hier doch dein Headset. Am Jahr, das habe ich von meinem Freund. Wann ich mir das Headset kaufe, wahrscheinlich erst am Freitag. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht das Headset von meinem Freund ausleihen kann. Oder werde ich auf jeden Fall das Headset benutzen. Aber ich hole mal weiter mal rein hier in die Lobby. Wir haben es jetzt gegen die Franzosen hier. Das ist ein kompletter französischer Clan ohne Clan-Tag drin hier. Ah, Lars Goldfisch, das klappt schon. Die Zeit, wir haben noch über 8 Minuten Zeit, aber ich werde das Video sowieso nicht so lang machen. Wir haben vielleicht beim Kommentar schon mal gelegt, aber in einem anderen Video... Okay, ich kann ihn mal raus, wenn wir dann... Ja, eigentlich ganz richtig gut. So, wir müssen... Das 9 zu 2... Wir haben Glück hier. Ich denke... Wer ist denn das heute? Ist dann jemand nachgetäunt? Ja. Der ist in guter Schlussposition. Ja, wie gesagt. Wir laufen jetzt einfach mal zu meinen PSN-Freunden schnell. Ich denke mal, das machen wir. So. Ist natürlich blöd, dass das Headset jetzt genau kaputt gehen... Wo kaputt gegangen ist. Wo sind denn meine PSN-Freunde? Ach, da hinten ist einer. Ach, komm. So, Lars Goldfisch, komm. Komm, noch mal ein bisschen. Mist, Mann, Leute. Ja, ich möchte... Ja, ich möchte... Ich möchte nochmal einem Skrill XP danken. Für den E-Fact Brothers, dass ihr das Video mit mir gemacht habt. Fand ich richtig cool von euch. Wollte ich nochmal Danke sagen. Aber ich glaube... Ich glaube, es steht 18 zu 14, Leute. Also... Lars Goldfisch, das ist gar nicht mal so schlimm. Wir sind sehr gut dran. Und ich will den Skrill, oder? Black Reapers ist sehr gut. Hat 14 Abschlachtungen. Lars Goldfisch ist auch nicht schlecht. Aber ich hätte spielst du in der Ausnahme nicht. So, nochmal. 50 Punkte. Da regen sich die Franzosen auf. Weil sie gekillt wurden. Und dann bleiben sie nicht viel besser. Mist. Ich glaubte, das Lars Goldfisch... Okay. Ich würde ja gerne mit dir sprechen. Das geht leider nicht. Gott, es darf nicht zählen. Erstmals wünsche ich euch alle... Ja? Ja. Und da wird eine Drohne. So sieht's aus. Ja, wir leben schon mehr. Aber ja... Wacht die M427 schon eine gute Waffe? Ach, ich muss mal die FHJ austaufen. Die hab ich nie gebraucht bisher. Aber ich lieb die M427, weil sie optisch einfach eine schöne Waffe ist. Und ich finde einfach, die Waffe hat nicht so eine große Streuung. Und ist einfach präzise. Besser als die M427, weil das hat ja eine Rotpunkt-Visier. Komm, ich hab einer, sie hat die... Maten. Wollen wir... Wir laufen jetzt einfach mal zum lauen Symbol. Das sind die PSN-Freunde, die jetzt in der Lobby sind. Ich bin nicht abgeschossen, also kommt einer. Ja, ehrlich. Ach man, das ist schade. Wartet. 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 Ach, die sind da oben. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Selbstmordhilfe hab ich begangen, meine Freunde. Das ist ganz schlimm. Wartet mal. Wartet mal. Wer ist das? Das ist Las Goldfisch, das ist Las Goldfisch. Rein zu, Las Goldfisch. Ja, gut, Las Goldfisch. Au, guckt's euch an. Ja, guckt mal die anderen Videos an, wo ich mir gespielt habe. Winter spielt die Qualität. Das ist schwierig. Viel besser. Viel besser. Ja, das beschreitet auch keiner. Das kann ich nicht so gut spüren, auch wenn es... Der Map, ja, das ist schon schwierig. Totliche 2. Sonde. Moin, moin. Aber Leute, es steht... Hey, Leute, es steht 36 zu... Es steht 36 zu 24. Wir sind relativ gut dran. Hallo. So, Leute, ich werde jetzt das Video beenden. Wir haben jetzt schon noch ein bisschen Zeitverblendpart, aber wir haben so gut gewonnen. Ganz oben ist der Black Reapers, dann kommt der Everlastkiller, Missy, YourChap und natürlich noch... ...Las Goldfisch, der sogar besser ist als ich. Und unten ganz YouTube Gamescom. Ich wünsche euch einfach nur einen schönen Tag, Mittag oder was auch immer. Liebe Freunde, bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom. Bis dann, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.